Es geht los! Kann die Kamera groß nerven? Oh Gott! Nicht toll? Du warst dreimalige Weltmeisterin im Rock'n'Roll-Tanzen. Sag mal, sind die da nicht? Ich war Vize-Weltmeister. Was habe ich gesagt? Kleinere Reparaturen am Rasen werden vom Regisseur persönlich durchgeführt. Der Ohlmozex stört die Grafennabe. Wer hängt der Akku im Hintern? Macht das was? Wenn wir schon in den Bergen sind, da könnten wir ja eigentlich auch das Ding vom Snowboard tanzen. Okay, ich bin dabei. Viel Spaß! Äh, ah, hier! Ihr habt doch gesagt, da ist die Kamera. Ja, jetzt machen wir was anderes. Dann müsst ihr mir das vorher sagen. Übrigens, das ist Christine. Die hilft mir immer dabei, meine müden Augen ein bisschen wacher zu halten. Das fang so sehr gut. Sieht immer besser aus als vorher. Vielen Dank Christine! Weiter geht's! Das ist Hugh-König. Das ist ja, wie ein Schot hempen ist. Näht ihr, dass sie haltet. Das ist das Pädest, das ist das Fingern. Das ist ja, wie ein Schot hempen ist. Das ist das auch ein Schotvaart. Das ist das Pädest. Komm her. Die necesit ist das Pädest. Sieht aber nicht, wenn man ja nicht was die. Genau das Pädest gescheven. Das kannst du direkt auf dem Anschlag am Schotten. Da habenります. Was? Ja, und wie sieht's aus? Okay. War fast gut. War fast gut. Ey, Volker, es war abgemacht, dass ich das selber gemalt habe. Das ist eine totale Show, ey. Okay. Bin ich peinlich? Making of. Anmachen? Ne, hier. Das sind die dreckigen Füße hier, ne? Aber wir haben ja den Waschtag-Mambo, dann werden sie gleich alle Sachen machen. Wer hat das jetzt auch in das Video reingetan? Äh, ich seh euch, aber jetzt könnt ihr hierher kommen, bitte. Ich seh euch da hinten, im Spiel. Ich seh euch da hinten. Wir haben ja auch schon mal ein bisschen ungenannt live bleiben müssen. Also, es hat richtig viel Spaß gemacht hier im Tanzzentrum Kressler. Martina, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Bei dir, aber natürlich auch bei deinem Team. Denn du hast ja ganz viele tolle Mitarbeiter, die mitgeholfen haben, die Tänze einzustudieren. Und die stellst du vielleicht jetzt mal selbst vor. Ja, das stimmt. Da haben wir zuerst die Ines, Deria, Steffi, und der Julian. Und auch mit dabei gewesen waren noch die Anna, und die Maria, und natürlich mein Mann, der Jens. Ich möchte mich natürlich auch ganz besonders bei meinem Team bedanken, das so toll gearbeitet hat. Da wären zum Beispiel der Regisseur, der Matthias Omonski. Ich bedanke mich beim ersten Kameramann, dem Frank. Beim zweiten Kameramann, dem Lasse. Natürlich bei Stefan, der hier für den tollen Ton gesorgt hat. Bei Christine, die immer darauf aufgepasst hat, dass meine Falten möglichst glatt aussehen. Und ich möchte mich bedanken bei Alexander, der einen super Assistenzjob hier gemacht hat. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich bei euch. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Volker Rosin. Ciao.